Noch ein Schul-Storytime-Video. Wie viele willst du noch machen? Tut mir leid, ich will noch über Flugzeuge reden, aber mein Skript ist zu lange. Ich habe immer noch ein paar Sachen zu erzählen von meiner Schulzeit, denn 10 Videos reichen nicht. Und wundert euch nicht, wenn in der Zukunft noch mehr kommen, denn mehr als die Hälfte meines Lebens bestand aus Schule. Also habe ich noch genug Stoff, hoffe ich. Wenn ich jede Woche so weitermache, werden die YouTube-Stories noch mein Leben einholen. Noch ein Schul-Storytime-Video, Part 10. Meine Grundschule war so etwas wie eine Sonderschule. Sie hat besonders Sonderschüler unterstützt. Also gab es so einige Schüler, die ein bisschen... ...sonderbar sind. Keine Sorge, ich war keiner der Sonderschüler. War ich doch, oder? Auf jeden Fall gab es zwei Schüler, die besonders sonderbar waren. China Boy und Power Ranger. Und wieso ich die beiden so genannt habe, werde ich euch jetzt erzählen. Power Ranger war ein Junge, der nicht wirklich kommuniziert hat. Jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, hat er geschrieben. Ich war nicht mal sicher, ob er unsere Sprache sprechen konnte. Er kam erst später in unsere Schule, deswegen hatte ich nie was mit ihm zu tun. Weil er auch nicht in meine Klasse ging. Ich habe mal gesehen, wie er Fang gespielt hat mit einer Jungsgruppe und das jede Pause. Aber irgendwann habe ich etwas komisches bemerkt. Wie jeder weiß, fängt eine Person die Rest der Gruppe. Aber hier hat der Rest der Gruppe probiert, ihn zu fangen. Ich habe dann realisiert... Nichts. Ich habe nichts realisiert. Ich habe immer noch gedacht, die spielen. Als Kind war mir das Konzept Mobbing noch fremd. Ich kam nie auf die Idee, dass er vielleicht gemobbt wurde. Und bis heute weiß ich nicht, ob er wirklich gemobbt wurde. Es sah manchmal so aus, als ob er Spaß hätte. Aber das hätte auch ein Verteidigungsmechanismus sein können. Dieses Fangspiel hatte auch irgendwann ein Ende. Ich habe ihn dann normal in den Pausen gesehen. Und jetzt zu seinen Armen. In meiner Grundschule hatte ich sowas wie eine Schulsecurity. Die waren die Cops der Schule. Wenn es mal Probleme gab, ging man zu denen und hat nach Hilfe gefragt. Ich persönlich fand es irgendwie ziemlich unnütz und lächerlich. Denn ich war irgendwie nicht bereit, meine Probleme von Mitschülern lösen zu lassen, die nur ein bis zwei Jahre älter waren als ich. Wenn es Probleme gab, waren doch die Lehrer zuständig dafür. Und wenn ihr jetzt an Cops denkt, so sahen die nicht aus. Die waren ganz normale Schüler, bloß mit einer orangenen Schärpe. Warte. Die waren Filmohr! Jetzt finde ich die cool. Power Ranger wurde von der Security verfolgt und rannte in Richtung eines Freundes von mir. Er stoppte kurz und schrie, ich bin der rote Power Ranger! Ich spreche doch mal eine Sprache. Mein Freund hat bemerkt, dass er Security empfangen wollte. Und hat dann seinen Arm gepackt und ihn auf den Boden geworfen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich mir sicher, dass es nicht so episch aussah. Aber so hatte ich es in Erinnerung. Und deswegen heißt er Power Ranger, weil er sich selber so genannt hat. Der zweite Junge nenne ich China Boy. Er kommt nicht aus China. Er kommt, glaube ich, aus Russland oder Polen. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er immer sehr oft die Durack gesagt. Was heißt, du Idiot? Glaube ich. Kann mir einer sagen, welche Sprache das ist? China Boy hat hundertprozentig nicht Deutsch gesprochen. Und er hatte mal ein Wort, was ihn besonders aufgeregt hat. Das war China. Deswegen nenne ich ihn China Boy. Ich glaube, ich sollte es geheim lassen, dass ich Chinese bin. Einmal ist er so krass ausgerastet, dass er einen Klassenkamerad von mir ins Gesicht geschlagen hat. Das Ding war aber, China Boy hat den Jungen geschlagen, der eigentlich sehr sanft ist, aber ziemlich aggressiv werden konnte. Er soll sich schon öfters geprügelt haben sollen, war einen Kopf größer und zweimal so breit wie er. Das andere Ding war noch, dass er ihn nicht einmal geärgert hat mit China, sondern nur bei einer Konversation erwähnt hat. Also war er ziemlich pisst, dass er ungerecht geschlagen worden ist. Aber es ist nichts passiert. Er wollte ihn verprügeln, aber er wollte keine Ärger mit der Schule. Und das war die Story von den zwei sonderbaren Schülern. Ich habe nichts mehr zu erzählen. Außer, dass er einmal als ich Spottumrecht hatte. Die Jungsgruppe in meiner Klasse spielten Fußball und die Mädchen haben getohnt am Rack. Als gerade ein Mädchen bereit war, sich am Rack zu drehen, ist aus Versehen ein Junge in ihr Privatbereich gerannt. Sie fielen und er fielen. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist das voll die Anime-Szene. Guck doch, wo du hinrennst! Hä? Warum tut die nicht auf der anderen Seite? Das Mädchen hat sich danach krankschreiben lassen. Keine Sorge, ihr ist nichts passiert. Sie hat sich öfters bei Kleinigkeiten krankschreiben lassen. Und jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen. Außer, dass er einmal in meiner Grundschule, als irgendwas gefeiert wurde in meiner Klasse. Jeder sollte etwas zum Essen mitbringen. Ihr wisst doch, einer bringt Brötchen, einer Obst, einer Getränke etc. Allerdings war mir das Konzept fremd. Ich habe meiner Mama erzählt, dass ich am nächsten Tag etwas zu essen mitnehmen soll. Und ihr war das Konzept auch fremd. Sie gab mir zwei belegte Butterbrötchen in Frischhörtefolie verpackt. Und ich lag hier hin und nahm sie später wieder mit. Weil keiner die gegessen hat. Es war mir ziemlich peinlich. Und jetzt habe ich aber nichts mehr zu erzählen. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gib ein Like, ein Lassen, ein Abo da. Folgt mir gerne auf Instagram und auf Twitter. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren ein paar komische Schulstories von euch. Nächste Woche kommt wahrscheinlich ein etwas kürzeres Video raus. Weil ein besonderes Collab geplant ist. Mit jemandem, den ihr wahrscheinlich kennt. Ich werde euch nicht erzählen, wen. Über ihn habe ich schon mal ein Video gemacht. Das, das werde ich nur noch sagen. Bis nächste Woche aber erst.